Für ihn, für ihn, für ihn, für jemanden! Cowards, für das und für dich! Du bist besser als das! So, willkommen hier jetzt beim BMX Glide mit Mr. Matrix ist wieder dabei! Hallöchen Probation, Benny! Hallöchen! Du hast das Blaue genommen, war ja klar! Nee, ich hab keinen Blaue! Doch, hast du! Nein, hab ich nicht! Ich nehm Crewfarbe natürlich! Hab ich auch! Verarsch! Mr. Phony und Mr. Matrix, wenn das Ding reagieren will! Komm, zeig mir Mr. Matrix, da ist er! Hier ist er! Unser Glitcher des Tages, ne? Und er glitscht! Alles geglitscht! Alles Glitcher hier! Natürlich mit unserem schönen lila Fahrrad! Ach, war das netter, wo wir mit dem BMX in Mount Chiliad hochdusen müssten? Geht das einfacher als... Geht das einfacher als wie... ...Fachio Roller oder was? Ich glaub schon, da kannst du hüpfen! Aber ich glaub das... Ich glaub das sind wir schon mal gefahren! So... Ah... Ah ja... Hey, irgendwie schaut das krass aus mit dem lila Pfeik hier! So... Auf den enden! Ey, das wird so lustig! Da hochradeln! Ey, der ballert hier schon wieder rum! Es ist typisch Mr. Matrix! Ey, 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 ey! Hast du mit dem Flatten oder was? Nö, nö! Dann fahr du mal da hoch! So... Ach, komm kurz vorm Punkt! Ficke dir! Jetzt warte, ist aber schön brav, ne? Mein Freund! Läpp mich am Arsch, Alter! Juge, Juge! Ja, komm mal kurz! Okay, jetzt! Ey, warte, hier, den hier! Den hier! Ich zeige dir! Hab nix gemacht! Benni, was hast du schon wieder Haftbomben geworfen? Jaja... Ist wahr! Sein Dreckhund! So wie du! Wie du mir! So wie ich dir! Mein Freund! Sein Dreckhund! Ich warte ja auf dich! Aber ich krieg grad ne Nachricht! Jojo! Ne, ne Nachricht gesendet! So, warte! Schatzi! David hat ne Nachricht gerade gesendet! Er hat ne Nachricht gesendet! Ah, und? Keine Ahnung! Ich lad mir grad mal den Messinscher runter! Jetzt kannst du wieder kommen! Jaja, warte! Ich hab... Ich hab bloß such dich geschrieben! Jaja! Ja, ist so! Ich hab such dich geschrieben! Der soll sich auch schon mal vorbereiten! Hier! Ich weiß, irgendwo liegt wieder eine von dir! Hab ich doch gewusst! So! Du und ein Hund! Ich hab einen Mutat! Ich krieg den! Ich wird extra ausgewichen! Der ein und andere wischte mich mit der anderen! Der Sack! So und ein Sack! Irgendwo liegt noch eine ich wette mit dir! ich werd mit dir kurz vorne Punkt kommt sind sie doch sind sie doch...nöhh sehr mit einem pinken Bike äh mit einem lila BicKירn Du kannst so besser springen als mit einem anderen Crewfarben...ancer HA HOW HE H Meinst du, der wischt mich? Vergiss es. Benni, meinst du, ich kann deine Annäherungsminen nicht ausweichen? Oder Haftbomben? Hä? So, komm her. Wo steht er denn, der Bub? Ja, der Bub wartet natürlich wieder nicht auf mich. Typisch Benni. Hallo! Hallo Benni! Benni, zu früh! Ja, ich will schon. Da kommen Erinnerungen hoch. Äh, ne, äh. Ich weiß nicht, warum die Jenny gerade Hallo gesagt hat. Warum? Du musst ja doch Internet-HD-Filme angucken, ne? Und, ja, und das stockt jetzt gerade ein bisschen. Tö-düm. Tö-düm. Ah, du Sau! Du Sau! Du Sauhund! Du Sauhund! Du Sauhund! Das war ne Annäherungsmine. Du Hund! Du Hund! Und? Toll, jetzt hab ich nen Platten wegen dir. Hahaha! Jetzt nicht mehr! Du hast meine Kill-Serie beendet. Oho! So, wie sie's gehört, wa? Hahaha! Schnell mal vorfahren, bevor das hier kommt... Schneeeeelleelleeeeeelleee... Will's wirklich, dass ich komme. Nee, erscheinen reicht! Wir sind wieder so pervers hier. Wie pervers sind wir denn bitte heute? Immer. Immer hier. So, ich gleite schon mal. Tschüss. Hoffentlich geht es gut. Ach, Benni, wie weit bist du? Ben... Benni? Ja. Au! Au! Fuck, ich hätte nicht noch was gekriegt. Hätte! 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 Fahrradkette! Weil ich mir grad was runterlade. Na ja! Du ladest dir was runter, so. Warte. Warte, ich bin noch... Ich muss schnell switchen... auf anderen Kontrollern... Oh, wer will schon wieder was? Madamechen. So. Und, Benni, bist du schon im Gleiten? Hm? Ne, noch nicht. Aber jetzt rein. Ziel hier. Ja, keine Ahnung. Irgendwo am Boden. Oder in der Luft. Ich weiß nicht mehr. Also, gleiten kann ich... ...vergissen. Ja, ich kann das auch nicht so lange. Ja, ich auch nicht. Aber komischerweise beim anderen Gleiten kann man das perfekt. Warum geht das hier nicht? Ne, das Ziel ist nicht in der Luft. Ich weiß, dass es... Ich weiß, wo das ist. Ich bin das Rennschirm an den Gefahren. Ja, ich auch. Ich weiß bloß nicht mehr, wo ganz genau das Ziel war. Jenny, Jenny, Jenny. Was geben wir Jenny ab? Weil das hässliche Internet hier... ... die Gatschbacken wird schon. Hey, wenn du jedes Mal irgendwas machst, wenn ich gerade einen Film gucke. Hallo? Geht's dir noch gut? Oh, was kommt das? Mach ich doch nicht mehr. Also, Benni, ich bin tot. Hab ich schon gesehen. Guck. Ich schaff das mit diesem gleiche... Danke. Sehr gut. Hey, Benni, du fährst bestimmt rum, ne? Nee, ich schwimm rüber. Du schwimmst, ich fliege. Ja, warum fliegst du? Schau in den Luft. Schau in die Luft. Dann siehst du es. I'm gliding. Ich glide drüber. Tschüss. Hallo? Also, ich bin drüber gegleitet, ne? Warte aber auf der anderen Seite auf mich. Ja, ja, ich warte schon. Bloß, du hast kein Bike, ne? Nee, das stimmt. Ich... Ich schon. Boah, brauchst du lang, bis du hier bist. Junge, Junge. Fünf Jahre später. Fünf Jahre später. Ey, wie weit hätte ich denn da gleiten müssen? Bestimmt arschweit, ja, natürlich. Na, ich stehe mir mal jetzt noch. Ey, ich glaube, bis du da hinten hingelaufen bist, dann ist Weihnachten, Benni. Alter, da brauche ich schon mit dem Fahrrad alleine zum hinfahren schon ewig. Ich... Junge, Junge, wir sehen uns am Ziehen. Schick mir doch mal das Fahrrad her. Geht schlecht. Müsste ich ja den ganzen Weg jetzt zurückfahren. Weil das ist schon ein gescheites Stück, Benni, zum Fahren. Du hast den Verkehr angelassen. Ja, weil ich depp da. Weil ich dachte, wir brauchen keinen Verkehr. Alter, wo ist das Ziel bitte? Das Ziel ist... Hä? Ziel? Das Ziel ist in der Stadt, Junge. Benni. Deine Ernst. Ja, mein Ernst. Spawne ich nochmal zurück, ey. Ja, ich auch, ich spawne auch nochmal. Ich flieg dahin. Weil bis du da mit dem Fahrrad dort bist, das dauert so 100 Jahre. Wie bist du da hingeflogen? Einfach gleitet, gegleitet. Junge, gleitet. Geht doch gar nicht. Ja, doch. Spawne ist bis zu dem Punkt gekommen. Darum hat sie es ja wahrscheinlich gebaut. Fahr einfach auf der weißen Linie. Und dann einfach nicht zu weit zurücklehnen. Und... Gib ihm. Ich flieg nach unten und ne nach. Äh, ich will nicht gleiten. Ja, ich gerade auch. Nochmal respawn. Ne, ne, jetzt gehts, jetzt gehts bei mir. Ja, aber du bist so knapp vom Boden, ne. Ne, ne, ich bin richtig weit in der Luft. So. Ich muss nochmal, weil ich hat's auch runtergehauen. Ne, ne, ne. Alright. So, und jetzt, gib ihm. Leid. Nein. Komm, geh rein in den Gleitmodus, geh rein. Geh rein. Geh rein. Nein. Leck mich. So. Ach, kümmern! So, Suchti ist glaube ich auch mit am Start. Glaube ich zumindest. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Benni, wie weit bist du? Äh, ich bin... Ja, noch mehr weit. Ich bin noch nicht weit. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Ich hoffe ich schon, ne? So, dann, der Gleit hat uns besiegt. Und wir sehen uns dann gleich... ...oder, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein und reingehauen! Bis zum nächsten Mal und tschau tschau!